Hallo, mein Maxi holt bitte was. Hast du Licht, Eder? Hast du Licht, Eder? Au, ich bleibst direkt. Also wenn wir wirklich jetzt mal da, ist das die Frau, die die erste Munde oder die Brei? Ja, ich bleibst direkt bei Eis, ja. Gut, das ist auch noch bei der Mathe, gell? Du, ich bleibst direkt. Ja, ich bleibst direkt. Ja, ich bleibst direkt. Ja, ich bleibst direkt. Ja, ich bleibst direkt. Ich bleibst direkt. Ja, ich bleibst direkt. Ja, ich bleibst direkt. Eigentlich gibt es nicht zusammen, es ist hier so ein Schadenmier, ein Eukölln-Fellmier. Ja, ja. Dann müssen wir schauen, dass sie die Feuerwehr ein bisschen vorwärts kommen, dann muss sie die Geilweinwärts. Ja, das ist doch. Das ist doch, dass sie die Feuerwehr ein bisschen vorwärts kommen. Ja, das ist doch. Ja. Ja, das ist doch, dass sie die Feuerwehr ein bisschen vorwärts kommen, oder? Ja, das ist doch. Ja. 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 Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Vielen Dank.